Auf geht's! Starten wir den Motor. Dann fange ich mal an, die Grube zu graben. Oh, was ist passiert? Schauen wir mal, was nicht stimmt. Hier ist wohl alles in Ordnung. Hier auch. Öffnen wir mal die Haube. So, so, schauen wir mal. Oh, mein Traktor ist kaputt. Ich muss Dima anrufen. Dima, Dima, ich bin hier. Hallo, Dima. Hallo, mach dir keinen Gedanken. Ich werde den Traktor reparieren. Gib mir den Schlüssel, bitte. Ich bin fertig. Danke, Dima. Klasse Arbeit. Hier, deine Schlüssel. Jetzt kannst du weiterarbeiten. Ich bin fertig. Nochmal danke. Tschüss. Tschüss. Musik